Wenn wir schon gesprochen haben, geht's aber zum White Castle, oder? Ich rede nicht mit dir. Das darf doch nicht wahr sein. Wann erfinden die endlich ne Ampel, die erkennt, dass es sich um einen Notfall handelt? Alter, das ist lächerlich. Geh doch einfach rüber. Es wird ja gleich grün. Weit und breit kein Auto. Geh einfach. Gut, ich soll einfach rüber gehen. Wenn du willst, geh ich einfach rüber. Wenn's dir was bringt, von mir aus... Ich geh jetzt. Was ist jetzt... Sorry. Ein Problem, Officer Polambo? Ein Problem? Weißt du, was eine rote Ampel ist? Ja, es tut mir sehr leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Zur Erinnerung gibt's ein Ticket. Ein Ticket? Ehrlich? Was willst denn du, du Schlappschwanz? Ich entschuldige mich für meinen Freund. Es tut mir sehr leid. Wo wir gerade hier sind, da wäre nämlich noch folgendes. Kennen Sie die Serie Dogi Hauser? Ja, ne tolle Serie. Was konnte man da lachen? Dogi. Neil Patrick Harris hat mein Auto geklaut. Hey, das hab ich jetzt mal überhört, klar? Sag mir einen Ausweis. Entschuldigung, aber wie können Sie ihm wegen so einer Kleinigkeit einen Strafzettel geben? Es ist halb drei Uhr morgens und weit und breit ist kein Auto zu sehen. Kuma, halt die Klappe! Ich würde nicht so mit einem Gesetzesmüter reden, der mich erschießen könnte. Mich erschießen? Ja, Kuma! Abknallen heißt das! Wie kann man denn so heißen, ne? Kuma! Schreibst du das mit fünf U's und drei A's oder wie? Nein, das schreibt man mit einem U. Ja, Blödsinn. Warum heißt heute eigentlich keiner mehr Dave oder Jim oder so? Haha, Harald! Machst du mich? Ich mach das hier schon, ja? Stolz sein, mein Junge. Und ab in die Haier, Ladies!